Das war der Nordhorner Karnevalsumzug 2024 auf der Blanke. Am 11. Februar 2024 feierten wieder viele verkleidete Menschen auf den Straßen und die Jecken freuen sich über Kamelle und Süßes. Beim Karnevalsumzug zogen die geschmückten Wagen durch Nordhorn Blanke und begeisterten wieder tausende von Besuchern. Der Nordhorner Karnevalsumzug nahm mit 48 Wagen und Fußgruppen teil. Auch in diesem Jahr nahm er wieder seinen gewohnten Weg bis zum Festzelt. Sehen Sie nun den ganzen Karnevalsumzug. Wir vom Lingener TV-Team wünschen viel Spaß. Das braucht ihr gar nicht so sein, denn heute Abend gehen wir feiern. Die ganze Welt ist ein Verein. Kommt an die Hände zum Himmel, komm lass uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Kommt an die Hände zum Himmel, komm lass uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Wir tun nur noch das, was uns gefällt. Tanzen, singen im Saal oder Zelt. Nicht alleine, denn das will keiner. Uns gehört die ganze Welt. Und am Morgen wird heut nicht gedacht. Wir grüßen dir den Umzug. mit einem dreifachen Kopfstiegen. Blanke! 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 Wir hören nichts. Das geht nicht aus. Oh mein Gott. Danke! Hoahu! 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 Jaaa! 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 Jangan lupa aja! Begitu! Oke, gue sampai sautnya! PINIUH! Bukan, ei... Bukan, ei... Bukan, ei... Tidak! Tidak! Wow, ee... Wir wollen die Science! Ja, das stimmt! Eino! Untertitelung des ZDF, 2020 Spreng dich an! 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 Musik Blanke Blanke Kespel Geht doch Geht doch Musik 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 LA 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 LALALA LA 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 LEA LEA LA LA LALALA LA LA LEA 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 LALALA LA LA LE A LEA LEA восп後 Mitons und fre sia bra und an Die inductes abandond LEAs LAYS LALALALA LALALA Till mal ich schottesola meine Tram sólo bla 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 Sie hat so schöne Backen, ein Arsch zum Messerknappen Brutales Interteil, geil, geil, geil Sie nehmen alles mit, in ihrem Dorf der Hit Nur wer hat es dir, dann hat sie nur für mich gescheit Ich hab' mich, ich hab' die Finger von dir Doch es kann nicht schaden, einen Blick zu riskieren Immer wenn ich dich sehe, hab' ich das eine Gott Du weißt sicher Gott, da hat sie vor mir weh Wir alle, 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 alle in mir Whoa Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin so Fieber, ich flieg jetzt lieber auf Ich bin so Fieber, ich bin schon wieder auf Ich bin so Fieber, ich flieg jetzt lieber auf Ich bin so Fieber Ich habe meine Körper schon so oft verkauft Ich bin so Fieber, ich bin so Fieber, ich bin so Fieber Ich bin so Fieber, ich bin so Fieber, ich bin so Fieber Ich bin so Fieber, ich bin so Fieber, ich bin so Fieber Ich bin so Fieber, ich bin so Fieber, ich bin so Fieber Ich bin so Fieber, ich bin so Fieber, ich bin so Fieber Ich bin so Fieber, ich bin so Fieber, ich bin so Fieber, ich bin so Fieber Hallo! 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 풀äpple bist du bis vor. Nix doch zwischen alle und Bett, ich kann es kaum sk Want? Alles oder Quillings, bin eine führerlose Zu. Wow! Schönen Tag noch! Die auch! Das ist viel weniger geworden. Vorsicht! Jetzt nicht werfen, warte mal hier. Ein bisschen mehr Stimmung, Norton. Das Malle-Mobil ist da. Ich sage Norton und ihr sagt Helau. Oder? Norton! 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 Ohhhh! Ein kräftiger Lauf in Lingen, Blanke, Lingen, Blanke. Feuer nimmt Mannschaften, Blanke, Lingen, Blanke. Reine! Reine! Hello! Hello! Wie geht's dir? eler! Wie geht's dir? GEASHI Das war's für heute. 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 Hello. Das war's für heute. 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 Und Mandy, die erste. Das war's für heute. Ja. für die, 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 die geholfen haben. ist, ich hoffe, so, ich war's für immer, die erste. Ich bitte mal Bianca Waskow und Nils Wachholz hier nach oben. Links ist die Treppe. Links ist die Treppe. Von denen aus rechts. Achtung, genau. Ich bin hier aber ganz, ganz nötig. Applaus für unsere Organisatoren. Wir haben uns gerade vorhin mal kurzfristig abgestimmt. Genau. Also man sieht dadurch, die Karnevalsvereine arbeiten zusammen, leben zusammen. Wir haben keine zwei Minuten gesprochen und haben gesagt, das machen wir jetzt so. Und ich muss sagen, was ihr bei einem dieses Jahr auf die Beine gestellt habt, oder sagen, ich kenne mich damit aus. Ich habe es jahrelang gedacht, den Karnevalsgruppen zu organisieren. Und was ihr in den letzten Jahren aufgestellt habt, und gerade in diesem Jahr, Rotoran, echt Hut ab. Und dafür einen riesen Applaus. Ja, ich kann mich hier nur anschließen, was Martin gesagt hat. Chapeau, Hut ab. Das, was wir auf die Beine gestellt haben, dass die Sponsoren aktiv gekommen sind. Wirklich auch in der Höhe, dass wir so einen Umzug mit so einem Festwirt in dem Umfeld hier auch machen könnten. Draußen mit dem tollen Angebot. Da echt ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir haben uns ganz kurz vorher abgesprochen. Wir möchten uns dafür erkennlich zeigen. Euch beiden mit Partnern. Also sprich dann jeweils mit dem Mann und mit der Frau. Euch einen schönen Abend im Hofbräuhaus genießen lassen am Stadtring. Ja. Und ich, äh, lasst euch ließen. Wir geben 200 Euro für euch aus. Viel, viel Spaß. Schönen Abend. Alles Gute Aussagen. Wer da und wenn ihr jetzt noch ja gemacht habt, echt gut ab. Und ich habe mir gesagt, das machen wir. Ihr solltet mal einen schönen Abend. Wir haben Stress genug in den letzten Tagen gehabt. Mit Sicherheit. Jetzt dürft ihr feiern. Und vielen Dank. Und wir müssen auch alle mal danken von der Stadt oder vom Landkreis, die das auch wieder möglichen. Ob das jetzt Fuhramt ist, die uns die Straßen sperren. Die Polizei, die aufpasst, dass alles ordentlich abläuft. Die ganzen vom Roten Kreuz, die dabei sind, die für, ja, für den einen oder anderen Blessuren sorgen, falls mal einer gefallen ist. Alle diese, die wir brauchen. Und alle, die auch im Umzug teilnehmen, auf dem Wagen sind. Es ist eine enorme Arbeit. Es sind enorme Kosten. Die sind natürlich auch für uns Karnevalisten gestiegen. Versicherung wird teurer. GEMA wird teurer. Die Stadt braucht immer ein oder andere mehr an Genehmigungen. Was wir so erledigen müssen. Aber wir kriegen das jedes Jahr gewuppt. Und das haben die dieses Jahr wieder toll hingekriegt. Und macht weiter so. Und auch vielen Dank. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß im Hochbräuhaus. Benehmt euch dort anständig. Das werden wir auch noch mal hingürfen, ne? Euer. Kommt nochmal. Auf unsere Organisation. Räuberregion. Räuber. 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 Marathon. Räuber. 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 um hier auch gewirken zu können. Man braucht einen Festwirt. Und ich finde, wir sollten jetzt einmal an dem Festwirt Sebastian Fischer hier zu uns hochholen, denn der hat auch einen ganz, ganz präffigen Applaus verdient für das, was er hier auf die Beine gestellt hat. Und natürlich kriegt er auch seine Gatte mit. Okay, der Chef selbst ist nicht da, aber die Chefin ist da. Dann möchten wir einmal die Orden hier auch verteilen vom Stadtprinz an die Chefin für die tolle Organisation hier, für das Zelt hier draußen, für die Indiskusen, für die Betränke unterwegs. Ein herrlich, ein herrlich, ein herrlich Applaus kann für Eimer und Eimer an den Herzen, ein herrlich Karnowals! Danke! Karnowalsfeinde! Gibt's mir? Dankeschön! Ja, EHroll-IM! Ich verru经, ich renPodsion! Jedes Jahr im Winter, wenn's jetzt übersrande, können doch fasste doch offen und wieder sind auch bereit. All die Menschen gegnt der Südmoder Strasse. Selbst am liebsten kommt der Witz jetzt hier, jetzt will er lossehen. Denn wenn, 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 und was schildert, dann stopp halt parat. Und wir treffen uns die Stadt und gehen wieder in die Saal. Hey, 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 hey. Volka, Volka, Volka von Ries an die Volka, 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 der Knitter und die Wälder, Caffeine oder Wodka, Volka, Volka, Volka. Alles ist halb so schlimm, wenn wir zusammeln, Volka, Volka, Volka von Ries an die Volka, 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 der Knitter und die Volka, Caffeine oder Wodka, Volka, Volka, Volka. Wir sagen Dank an allen Sponsoren und an VVV Nordhorn für die Spenden und Unterstützungen. Auch ein großes Dankeschön an dem Reisebüro Schmetterling für die Räumlichkeiten für unsere Film- und Tontechnik.